Dufte können auch viel mehr als nur riechen. Sie können zum Beispiel unser Temperaturempfinden verändern. Wir können zeigen, dass wir mit einem Menthol-Duft beispielsweise Kühle suggerieren können oder mit einem Chili-Geruch Wärme. Der Rezeptor für Chili-Geruch beispielsweise im Trigeminus nimmt den Duft als ungefähr 30 Grad Wärme wahr und für Menthol ungefähr 15 Grad. Das als Raumduft eingesetzt könnte zum Beispiel sehr nachhaltig wirken, indem wir Energie sparen, indem wir gar nicht so viel kühlen oder wärmen müssten.